So, wo war der? Da vorne, ne? Ich glaub hier... Besonders das Uhr ist ja so klein. Das ist lame voll. Die Kur. Das sah gut aus. Eins heißt nichts. Was denn? Jetzt sah es was gut aus. Ach. Äh. Wie kamen die jetzt von hier? Zeig, du musst die kamen schon wieder von dahin. Was steht denn? Sitzt denn noch da? Ja ist auch super. Aber du hast ihn erwischt. Jedenfalls den Sprungteater. Das sah so aus. Ich lasse ihn noch einmal schießen, ich mach das jetzt hier so ein bisschen. Ja. Wenn es ihn hier schießen will, dann fliegt er hier die Rakete dahin, wo du gerade stehst. Ah ne, da bin ich mir jetzt sicher. Geht doch. Kommen wir nochmal da? Ja. Einmal geht noch. Jawoll. Ist ja jetzt wenigstens da weg. Sieh ihn so aus, ja. Dreimal! Dreimal pro! Ja, oh mein Gott, das ist ja scheiße. Uuuuuh! Zwei Hullboote! Zwei Hullboote! Oh, komm jetzt nochmal! Scheinbar nein. Gut, hier nicht, dann sind es jetzt da. Wahrscheinlich drei. Drei Hullboote! Da nicht rum! Ich stöne bloß noch! Jäger Cola! Komm, schießt! 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 Sehr schön. Schießt! Das kann ja mal keine geile Ausgangsposition ist. Schießt! 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 Der Endgegner ist... Das ist ja doch nicht immer der Endgegner. Das ist ja eben das Schlimme, klar. In the face! Aber ich komm doch mal! Ja, das war ein Mann! Gut. Jetzt, um die Ransomung zu lösen! Ähm, um die Lingo zu lösen! So! Oh! Ich hoffe, wenn ich sterbe, darf ich das ab dabei doch mal! Ja, ich glaub's aber auch, weil sonst wär's ja echt unfair! Wenn ich dem Oberdeer bin, aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu machen muss! Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber ich weiß nicht mehr! So happy! I'm going to save my mommy and daddy again! Ja, ok, c'mon. Let's try and get you out of here. Pinzor! What the? Oh, es ist die! Niiiihauu Glaubst du, das ist gesund? Das mach ich täglich? Morgendlich? Morgenübung? Morgendlich? Ja Nö, ist jede Verspannung Endgültig, ja Endgültig, ja Waa? Hallo, Matherdorf Rrrrrr Rrrr 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 Ich glaub der ist freundlich gesonnen Wie gibt mir jetzt Kekse? Cookie, Suki! Rrrr Ich hab' nicht gesehen, aber ich bin jetzt Rrrr 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 Wie ist denn die Schokolade aus dem... Also die Schokolade scheint ja wenigstens zu spawnen, ne? Ja, ja. Echt? Also, ich glaube es, ich weiß es nicht. Ich müsste wahrscheinlich auf sie schießen, oder? Ja, die Spawn, schau. Ah, okay. Aber der schützt die ja gerade hier. Hat das eine, dass ich die Waffen abschießen muss? Entweder die Waffen oder dieses grüne, wobbelige Ding auch fast unter seinem Gemächt. Ist es leid? Das war ein Probeschuss. Das war ein Probeschuss, ja. Ah, ich hasse den Krieg, ob ich das schon mal erwähnt. Ne, noch nicht. So. Ja. Das freut ihn jetzt aber gar nicht. Ne. Ihn oder sie oder es. Ah. Ich glaube, du kannst zwei Schüsse probieren. Aufhörst du ja Zeit. Sehr gut. Lesson 2. No. No, no. Just keep my cool. Sehr schön. Einmal. No, no, no. Jetzt können wir wahrscheinlich lessen. Lesson 2. Ah, now this is very special. Laser. High-Energy-inverted-Magnetolaser mit einem 6-Prong-Tag. Der Laser sieht ziemlich langsam an sich. Ich muss es ruhig an. Ja, was heißt langsam? Der alleinige Laser ist schon was. Sehr gut. Nein! Auf den hab ich jetzt. Oh, Halleluja!